Arthur Schopenhauer – Die Welt als Wille und Vorstellung Viertes Buch – Der Welt als Wille zweite Betrachtung Bei erreichter Selbsterkenntnis Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben Komplette Lesung Gelesen von Volker Braumann Woche für Woche Ein Paragraf Musik 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 Paragraf 66 Eine Moral ohne Begründung, also bloßes Moralisieren, kann nicht wirken, weil sie nicht motiviert. Eine Moral aber, die motiviert, kann dies nur durch Einwirkung auf die Eigenliebe. Was nun aber aus dieser entspringt, hat keinen moralischen Wert. Hieraus folgt, dass durch Moral und abstrakte Erkenntnis überhaupt keine echte Tugend bewirkt werden kann, sondern diese aus der intuitiven Erkenntnis entspringen muss, welche im fremden Individuo dasselbe Wesen erkennt wie im eigenen. Denn die Tugend geht zwar aus der Erkenntnis hervor, aber nicht aus der abstrakten, durch Worte mitteilbaren. Wäre dieses, so ließe sie sich lehren. Und indem wir hier ihr Wesen und die ihr zum Grunde liegende Erkenntnis abstrakt aussprechen, hätten wir jeden, der dies fasst, auch ethisch gebessert. Ja, aber so ist es keineswegs. Vielmehr kann man so wenig durch ethische Vorträge oder Predigten einen tugendhaften Zustande bringen, als alle Ästhetiken von der des Aristoteles an je einen Dichter gemacht haben. Denn für das eigentliche und innere Wesen der Tugend ist der Begriff unfruchtbar, wie er es für die Kunst ja auch ist, und kann nur völlig untergeordnet als Werkzeug Dienste bei der Ausführung und Aufbewahrung des anderweitig erkannten und beschlossenen leisten. Welle non discutur. Wollen kann man nicht lernen. Auf die Tugend, das heißt auf die Güte der Gesinnung, sind die abstrakten Dogmen in der Tat ohne Einfluss. Die Falschen stören sie nicht, und die Waren befördern sie schwerlich. Es wäre auch wahrlich sehr schlimm, wenn die Hauptsache des menschlichen Lebens, sein ethischer für die Ewigkeit geltender Wert, von etwas abhinge, dessen Erlangung so sehr dem Zufall unterworfen ist wie Dogmen, Glaubenslehren, Philosopheme. Die Dogmen haben für die Moralität bloß den Wert, dass der aus anderweitiger bald zu erörternder Erkenntnis schon Tugendhafte an ihnen ein Schema, ein Formular hat, nach welchem er seiner eigenen Vernunft von seinem nicht-egoistischen Tun, dessen Wesen sie, das heißt er selbst, nicht begreift, eine meistens nur fingierte Rechenschaft ablegt, bei welcher er sie gewöhnt hat, sich zufriedenzugeben. Zwar auf das Handeln, das äußere Tun, können die Dogmen starken Einfluss haben, wie auch Gewohnheit und Beispiel. Letztere, weil der gewöhnliche Mensch seinem Urteil, dessen Schwäche er sich bewusst ist, nicht traut, sondern nur eigener oder fremder Erfahrung folgt. Aber damit ist die Gesinnung nicht geändert. Alle abstrakte Erkenntnis gibt nur Motive. Motive aber können, wie oben gezeigt, nur die Richtung des Willens, nie ihn selbst ändern. Alle mitteilbare Erkenntnis kann auf den Willen aber nur als Motiv wirken. Wie die Dogmen ihn also auch lenken, so ist dabei dennoch immer das, was der Mensch eigentlich und überhaupt will, dasselbe geblieben. Bloß über die Wege, auf welchen es zu erlangen, hat er andere Gedanken erhalten. Und imaginäre Motive leiten ihn gleich Wirklichen. Daher zum Beispiel ist es in Hinsicht auf seinen ethischen Wert gleich viel, ob er große Schenkungen an Hilflose macht, fest überredet, in einem künftigen Leben alles zehnfach wiederzuerhalten. Oder ob er dieselbe Summe auf Verbesserung eines Landgutes verwendet, das zwar späte, aber desto sicherere und erklecklichere Zinsen tragen wird. Ja, und ein Mörder, so gut wie der Bandit, welcher dadurch einen Lohn erwirbt, ist auch der, welcher rechtgläubig den Ketzer den Flammen überliefert. Ja, sogar nach inneren Umständen auch der, welcher die Türken im gelobten Lande erwirkt, wenn er nämlich, wie auch jener, es eigentlich darum tut, weil er sich dadurch einen Platz im Himmel zu erwerben vermeint. Denn nur für sich, für ihren Egoismus, wollen ja diese Sorgen. Eben wie auch jener Bandit, von dem sie sich nur durch die Absurdität der Mittel unterscheiden. Von außen ist, wie schon gesagt, dem Willen immer nur durch Motive beizukommen. Diese aber ändern bloß die Art, wie er sich äußert. Nimmermehr ihn selbst. Welle non discitor. Bei guten Taten, deren Ausüber sich auf Dogmen beruft, muss man aber immer unterscheiden, ob diese Dogmen auch wirklich das Motiv dazu sind. Oder ob sie, wie ich oben sagte, nichts weiter als die scheinbare Rechenschaft sind, durch die jener seine eigene Vernunft zu befriedigen sucht. Über eine aus ganz anderer Quelle fließende gute Tat, die er vollbringt, weil er gut ist, aber nicht gehörig zu erklären versteht, weil er kein Philosoph ist und dennoch etwas dabei denken möchte. Der Unterschied ist aber sehr schwer zu finden, weil er im Innern des Gemütes liegt. Daher können wir fast nie das Tun anderer, ja und selten unser eigenes moralisch richtig beurteilen. Die Taten und Handlungsweisen des Einzelnen und eines Volkes können durch Dogmen, Beispiel und Gewohnheit sehr modifiziert werden. Aber an sich sind alle Taten, alle Opera, Operata, bloß leere Bilder. Und allein die Gesinnung, welche zu ihnen leitet, gibt ihnen moralische Bedeutsamkeit. Diese aber kann wirklich ganz dieselbe sein, bei sehr verschiedener äußerer Erscheinung. Bei gleichem Grade von Bosheit kann der eine auf dem Rade und der andere ruhig im Schoße der Seinigen sterben. Es kann derselbe Grad von Bosheit sein, der sich bei einem Volke in groben Zügen, in Mord und Kannibalismus, beim anderen hingegen in Hofintrigen, Unterdrückungen und feinen Ränken aller Art fein und leise en miniature ausspricht. Das Wesen bleibt dasselbe. Es ließe sich denken, dass ein vollkommener Staat oder sogar vielleicht auch ein vollkommen festgeglaubtes Dogma von Belohnungen und Strafen jenseits des Todes jedes Verbrechen verhinderte. Politisch wäre dadurch viel, moralisch nichts gewonnen. Vielmehr nur die Abbildung des Willens durch das Leben gehemmt. Die echte Güte der Gesinnung, die uneigennützige Tugend und der reine Edelmut gehen also nicht von abstrakter Erkenntnis aus, aber doch von Erkenntnis, nämlich von einer unmittelbaren und Intuitiven, die nicht wegzurasonieren und nicht anzurasonieren ist, von einer Erkenntnis, die, eben weil sie nicht abstrakt ist, sich auch nicht mitteilen lässt, sondern jedem selbst aufgehen muss, die daher ihren eigentlichen adäquaten Ausdruck nicht in Worten findet, sondern ganz allein in Taten, im Handeln, im Lebenslauf des Menschen. Wir, die wir hier von der Tugend die Theorie suchen und daher auch das Wesen der ihr zugrunde liegenden Erkenntnis abstrakt auszudrücken haben, werden dennoch in diesem Ausdruck nicht jene Erkenntnis selbst liefern können, sondern nur dem Begriff derselben, wobei wir immer vom Handeln, in welchem allein sie sich bewirrt ausgehen, und auf dasselbe als ihren allein adäquaten Ausdruck verweisen, welchen wir nur deuten und auslegen, das heißt abstrakt aussprechen, was eigentlich dabei vorgeht. Bevor wir nun, im Gegensatz des dargestellten Bösen, von der eigentlichen Güte reden, ist, als Zwischenstufe, die bloße Negation des Bösen zu berühren. Dieses ist die Gerechtigkeit. Was Recht und Unrecht sei, ist oben hinlänglich auseinandergesetzt. Daher wir hier mit wenigem sagen können, dass derjenige, welcher jene bloß moralische Grenze zwischen Unrecht und Recht freiwillig anerkennt und sie gelten lässt, auch wo kein Staat oder sonstige Gewalt sie sichert, folglich unserer Erklärung gemäß nie in der Bejahung seines eigenen Willens bis zur Verneinung des in einem anderen Individuo sich Darstellenden geht, gerecht ist. Er wird also nicht, um sein eigenes Wohlsein zu vermehren, Leiden über andere verhängen. Das heißt, er wird kein Verbrechen begehen, wird die Rechte, wird das Eigentum eines jeden respektieren. Wir sehen nun, dass einem solchen Gerechten schon nicht mehr wie dem Bösen das Prinzipium Individuationes eine absolute Scheidewand ist. Dass er nicht wie jener nur seine eigene Willenserscheinung bejaht und alle anderen verneint. Dass ihm andere nicht bloße Larven sind, deren Wesen von dem Seinigen ganz verschieden ist. Sondern durch seine Handlungsweise zeigt er an, dass er sein eigenes Wesen, nämlich den Willen zum Leben als Ding an sich, auch in der fremden, ihm bloß als Vorstellung gegebenen Erscheinung wiedererkennt. Also sich selbst in jener wiederfindet. Bis auf einen gewissen Grad, nämlich den des Nicht-Unrecht-Tuns. Das heißt, nicht verletzens. In eben diesem Grade nun durchschaut er das Prinzipium Individuationes, den Schleier der Maya. Er setzt sofern das Wesen außer sich, dem eigenen gleich. Er verletzt es nicht. In dieser Gerechtigkeit liegt, wenn man auf das Innerste derselben sieht, schon der Vorsatz, in der Bejahung des eigenen Willens nicht so weit zu gehen, dass sie die fremden Willenserscheinungen verneint, indem sie solche jenem zu dienen zwingt. Man wird daher ebenso viel anderen leisten wollen, als man von ihnen genießt. Der höchste Grad dieser Gerechtigkeit der Gesinnung, welcher aber immer schon mit der eigentlichen Güte, deren Charakter nicht mehr bloß negativ ist, gepaart ist, geht nun so weit, dass man seine Rechte auf ererbtes Eigentum in Zweifel zieht. Den Leib nur durch die eigenen Kräfte, geistige oder körperliche, erhalten will. Jede fremde Dienstleistung, jeden Luxus als einen Vorwurf empfindet und zuletzt zur freiwilligen Armut greift. So sehen wir dem Pascal, als die asketische Richtung nahm, keine Bedienung mehr leiden wollen, ob gleich er Dienerschaft genug hatte. Seiner beständigen Kränklichkeit ungeachtet, machte er sein Bett selbst, holte selbst sein Essen aus der Küche, na und so weiter. Diesem ganz entsprechend wird berichtet, dass manche Hindu, ja sogar Rajas, bei vielem Reichtum, diesen nur zum Unterhalt der ihrigen, ihres Hofes und ihrer Dienerschaft verwenden und mit strenger Skrupulosität die Maxime befolgen, nichts zu essen, als was sie selbst eigenhändig gesät und geerntet haben. Ein gewisses Missverständnis liegt dabei doch zum Grunde. Denn der Einzelne kann, gerade weil er reich und mächtig ist, dem Ganzen der menschlichen Gesellschaft so beträchtliche Dienste leisten, dass sie dem ererbten Reichtum gleichwiegen, dessen Sicherung er der Gesellschaft verdankt. Eigentlich ist jene übermäßige Gerechtigkeit solcher Hindu schon mehr als Gerechtigkeit. Nämlich wirkliche Entsagung, Verneinung des Willens zum Leben. Askese, von der wir zuletzt reden werden. Hingegen kann umgekehrt reines Nichtstun und Leben durch die Kräfte anderer bei ererbten Eigentum ohne irgendetwas zu leisten doch schon als moralisch Unrecht angesehen werden, wenn es auch nach positiven Gesetzen recht bleiben muss. Wir haben gefunden, dass die freiwillige Gerechtigkeit ihren innersten Ursprung hat in einem gewissen Grad der Durchschauung des Prinzipii Individuationes, während in diesem der Ungerechte ganz und gar befangen bleibt. Diese Durchschauung kann nicht nur in dem hierzu erforderlichen, sondern auch in höherem Grade statt haben, welcher zum positiven Wohlwollen und Wohltun, zur Menschenliebe treibt. Und dies kann geschehen, wie stark und energisch an sich selbst auch der in solchem Individuo erscheinende Wille sei. Immer kann die Erkenntnis ihm das Gleichgewicht halten, der Versuchung zum Unrecht widerstehen lehren und selbst jeden Grad von Güte, ja, von Resignation hervorbringen. Also ist keineswegs der gute Mensch für eine ursprünglich schwächere Willenserscheinung als der Böse zu halten, sondern es ist die Erkenntnis, welche in ihm dem blinden Willensdrang bemeistert. Es gibt zwar Individuen, welche bloß scheinen gutmütig zu sein, wegen der Schwäche des in ihnen erscheinenden Willens. Was sie sind, zeigt sich aber bald daran, dass sie keiner beträchtlichen Selbstüberwindung fähig sind, um eine gerechte oder gute Tat auszuführen. Wenn uns nun aber, als eine seltene Ausnahme, ein Mensch vorkommt, der etwa ein beträchtliches Einkommen besitzt, von diesem aber nur wenig für sich benutzt und alles Übrige den Notleidenden gibt, während er selbst viele Genüsse und Annehmlichkeiten entbehrt und wir das Tun dieses Menschen uns zu verdeutlichen suchen, so werden wir, ganz absehend von den Dogmen, durch welche er etwann selbst sein Tun seiner Vernunft begreiflich machen will, als den einfachsten allgemeinen Ausdruck und als den wesentlichen Charakter seiner Handlungsweise finden, dass er, weniger als sonst geschieht, einen Unterschied macht zwischen sich und anderen. Wenn eben dieser Unterschied in den Augen manches anderen so groß ist, dass fremdes Leiden dem Boshaften unmittelbare Freude dem Ungerechten ein willkommenes Mittel zum eigenen Wohlsein ist, wenn der bloß Gerechte dabei stehen bleibt, es nicht zu verursachen, wenn überhaupt die meisten Menschen unzählige Leiden anderer in ihrer Nähe wissen und kennen, aber sich nicht entschließen, sie zu mildern, weil sie selbst einige Entbehrung dabei übernehmen müssten, wenn also jedem von diesen allen ein mächtiger Unterschied obzuwalten scheint zwischen dem eigenen Ich und dem Fremden, so ist hingegen jenem Edlen, dem wir uns denken, dieser Unterschied nicht so bedeutend. Das Prinzipium Individuationes, die Form der Erscheinung, befängt ihn nicht mehr so fest, sondern das Leiden, welches er an anderen sieht, geht ihn fast so nahe an wie sein eigenes. Er sucht daher das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen, versagt sich Genüsse, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leiden zu mildern. Er wird inne, dass der Unterschied zwischen ihm und anderen, welcher dem Bösen eine so große Kluft ist, nur einer vergänglichen, täuschenden Erscheinung angehört. Er erkennt unmittelbar und ohne Schlüsse, dass das an sich seiner eigenen Erscheinung auch das der Fremden ist, nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in allem lebt. Ja, dass dieses sich sogar auf die Tiere und die ganze Natur erstreckt. Daher wird er auch kein Tier quälen. Er ist jetzt so wenig imstande, andere darben zu lassen, während er selbst Überflüssiges und Entbehrliches hat, wie irgendjemand einen Tag Hunger leiden wird, um am Folgenden mehr zu haben, als er genießen kann. Denn jenem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maya durchsichtig geworden, und die Täuschung des Prinzipii Individuationes hat ihn verlassen. Sich, sein Selbst, seinen Willen, erkennt er in jedem Wesen, folglich auch in dem Leidenden. Die Verkehrtheit ist von ihm gewichen, mit welcher der Wille zum Leben sich selbst verkennend, hier in einem Individuo flüchtige, gauklerische Wollüste genießt und dafür dort in einem anderen leidet und darbt, und so Qual verhängt und Qual duldet, nicht erkennend, dass er, wie Thuestes, sein eigenes Fleisch gierig verzerrt, und dann hier jammert über unverschuldetes Leid und dort frefelt ohne Scheu vor den Nemesis immer und immer nur, weil er sich selbst verkennt in der fremden Erscheinung und daher die ewige Gerechtigkeit nicht wahrnimmt, befangen im Prinzipio Individuationes, also überhaupt in jener Erkenntnisart, welche der Satz vom Grunde beherrscht. Von diesem Wahn- und Blendwerk der Maja geheilt sein und Werke der Liebe üben ist eins. Letzteres ist aber unausbleibliches Symptom jener Erkenntnis. Das Gegenteil der Gewissenspein, deren Ursprung und Bedeutung oben erläutert worden, ist das gute Gewissen, die Befriedigung, welche wir nach jeder uneigennützigen Tat verspüren. Sie entspringt daraus, dass solche Tat, wie sie hervorgeht, aus dem unmittelbaren Wiedererkennen unseres eigenen Wesens an sich, auch in der fremden Erscheinung, uns auch wiederum die Beglaubigung dieser Erkenntnis gibt. Der Erkenntnis, dass unser wahres Selbst nicht bloß in der eigenen Person dieser einzelnen Erscheinung da ist, sondern in allem, was lebt. Dadurch fühlt sich das Herz erweitert, wie durch den Egoismus zusammengezogen. Denn wie dieser unseren Anteil konzentriert auf die einzelne Erscheinung des eigenen Individui, wobei die Erkenntnis und stets die zahllosen Gefahren, welche fortwährend diese Erscheinung bedrohen, wo durch Ängstlichkeit und Sorge der Grundton unserer Stimmung wird, so verbreitet die Erkenntnis, dass alles Lebende ebenso wohl unser eigenes Wesen an sich ist, wie die eigene Person, unseren Anteil auf alles Lebende. Hierdurch wird das Herz erweitert. Durch den also verminderten Anteil am eigenen Selbst wird die ängstliche Sorge für dasselbe in ihrer Wurzel angegriffen und beschränkt. Daher die ruhige, zuversichtliche Heiterkeit, welche tugendhafte Gesinnung und gutes Gewissen gibt, und das deutlichere Hervortreten derselben bei jeder guten Tat, indem diese den Grund jener Stimmung uns selber beglaubigt. Der Egoist fühlt sich von fremden und feindlichen Erscheinungen umgeben, und alle seine Hoffnung ruht auf dem eigenen Wohl. Der Gute lebt in einer Welt befreundeter Erscheinungen. Das Wohl einer jeden derselben ist sein eigenes. Wenn daher gleich die Erkenntnis des Menschenloses überhaupt seine Stimmung nicht zu einer fröhlichen Macht, so gibt die bleibende Erkenntnis seines eigenen Wesens in allem Lebenden ihm doch eine gewisse Gleichmäßigkeit und selbst Heiterkeit der Stimmung. Denn der überunzählige Erscheinungen verbreitete Anteil kann nicht so beängstigen, wie der auf eine konzentrierte. Die Zufälle, welche die Gesamtheit der Individuen treffen, gleichen sich aus, während die dem Einzelnen Begegnenden Glück oder Unglück herbeiführen. Wenn nun also andere Moralprinzipien aufstellen, die sie als Vorschriften zur Tugend und notwendig zu befolgende Gesetze hingaben, ich aber, wie schon gesagt, dergleichen nicht kann, indem ich dem ewig freien Willen kein Soll noch Gesetz vorzuhalten habe, so ist dagegen, im Zusammenhange meiner Betrachtung, dass jenem Unternehmen gewissermaßen entsprechende und analoge, jene rein theoretische Wahrheit, als deren bloße Ausführung auch das Ganze meiner Darstellung angesehen werden kann. Das nämlich der Wille, das an sich jeder Erscheinung, selbst aber als solches, von den Formen dieser und dadurch von der Vielheit frei ist. Welche Wahrheit ich, in Bezug auf das Handeln, nicht würdiger auszudrücken weiß, als durch die schon erwähnte Formel des Weder Tat-Tvamasi, dieses bist du. Wer sie mit klarer Erkenntnis und fester inniger Überzeugung über jedes Wesen, mit dem er in Berührung kommt, zu sich selber auszusprechen vermag, der ist eben damit aller Tugend und Seligkeit gewiss und auf dem geraden Wege zur Erlösung. Bevor ich nun aber weitergehe und als das Letzte meiner Darstellung zeige, wie die Liebe, als deren Ursprung und Wesen wir die Durchschauung des Prinzipii Individuationes erkennen, zur Erlösung, nämlich zum gänzlichen Aufgeben des Willens zum Leben, das heißt alles Wollens, führt und auch, wie ein anderer Weg, minder sanft, jedoch häufiger, den Menschen eben dahin bringt, muss zuvor hier ein paradoxer Satz ausgesprochen und erläutert werden. Nicht, weil er ein solcher, sondern, weil er wahr ist und zur Vollständigkeit meines dazulegenden Gedankens gehört. Es ist dieser. Alle Liebe ist Mitleid. Der Paragraf 66 in Nutsche Nachdem wir im Paragraf 65 das innere Wesen des Bösen zur Deutlichkeit gebracht haben, beleuchten wir nun dessen Gegensatz, das Gute und entwickeln eine Theorie der Tugend. Echte Tugend, verstanden als Güte der Gesinnung, kann weder durch Moral noch durch abstrakte Erkenntnis bewirkt werden. Echte Tugend entspringt allein der intuitiven Erkenntnis. Diese ist unmittelbar. Sie lässt sich nicht mitteilen, sie lässt sich nicht mitteilen, sondern sie muss jedem selbst aufgehen. Daher findet sie ihren eigentlichen Ausdruck nicht in Worten, sondern in Taten, in Handeln und schließlich im Lebenslauf des Menschen. Eine Zwischenstufe hin zur Güte ist die Gerechtigkeit, verstanden als Negation des Bösen. Der Gerechte zeigt durch seine Handlungsweise, durch sein Nicht-Unrecht-Tun, dass er sein eigenes Wesen, also den Willen zum Leben als Ding an sich, auch in der ihn in nur als Vorstellung gegebenen fremden Erscheinung wiedererkennt. Anders als der Ungerechte durchschaut der Gerechte das Prinzipium Individuationes. Demgemäß setzt er sich mit dem Fremden gleich und verletzt es nicht. Der höchste Grad dieser Gerechtigkeit als Gesinnung zeigt sich im Verzicht auf fremde Dienstleistungen, im Verzicht auf jede Form von Luxus und schließlich in der bewussten freiwilligen Wahl der Armut. Der gute Mensch ist also keineswegs eine ursprünglich schwächere Willenserscheinung als der böse Mensch, sondern allein durch die intuitive Erkenntnis bemeistert er den auch in ihm wohnenden blinden Willensdrang. Während nun der Gerechte in seinem Nicht-Unrecht-Tun, die Negation des Bösen darstellt, so wendet der Edle das Gerechtsein ins Positive. Denn er macht weniger als es sonst geschieht noch einen Unterschied zwischen sich und anderen. Das Leiden, das er an anderen sieht, geht ihm fast so nahe an wie sein eigenes und er versucht daher, das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen. Aus seinen uneigennützigen Taten erwächst ihm Befriedigung. Diese Befriedigung nennen wir gutes Gewissen. Das gute Gewissen ist das Gegenteil zur Gewissenspein, unter dem der Egoist leidet. Der Egoist fühlt sich von fremden und feindlichen Erscheinungen umgeben. Alle seine Hoffnungen ruhen auf dem eigenen Wohl. Der Gute dagegen lebt in einer Welt befreundeter Erscheinungen. Das Wohl aller anderen Erscheinungen in dieser Welt ist auch gleichzeitig sein Wohl. Daraus erwächst für ihn selbst eine Heiterkeit der Stimmung. Der Stimmung